Hallo ihr Lieben, ich bin Steffi von SteffisBastlecker. Ja, du siehst genau richtig, hier liegt der Mini-Katalog Januar bis Juni 2021. Denn jetzt heißt es, wir müssen so langsam Abschied nehmen. Der ist noch bis zum 30.06. gültig und du bekommst die Chance, ab dem 1.06. noch reduzierte Produkte zu ergattern. Und ja, ich zeige euch gleich den Inhalt, da habe ich auch angemarkert, welche Produkte rausgehen, welche reduziert sind, welche bleiben. Und ja, wenn du bestellen möchtest und die Gunst der Stunde nutzen möchtest und dein Produkt noch günstiger zu ergattern, entweder schreibst du mir über meine Homepage oder du gehst direkt über den Online-Shop und bestellst dort. Denn, wie sagt man immer so schön, was weg ist, ist weg und das wäre dann zu schade. Genau, ich habe jetzt die deutschen Sachen einmal markiert und da geht es auch schon los. Ich gucke mal eben, dass der Katalog auch ordentlich mittig liegt. Falls du natürlich Fragen hast, melde dich sehr gerne und dann besprechen wir alles. So, fangen wir mit dem Komplett-Karten-Set an. Lieblingsgrüße. Das fällt so, wie es ist, einmal komplett raus. Hier haben wir das Projekt-Set Fabelhaft. Da bekommst du 50% drauf und bezahlst noch 18 Euro. Ja, auch das Stempel-Set Fabelhaft, alles fällt raus. Dann haben wir hier einmal unser Produkt-Medley Blühender Kaktus, also das, was du hier alles siehst. Das geht komplett raus und da bekommst du noch 50% drauf und bezahlst 42,50 Euro. Für das Nachfüll-Set Blühender Kaktus, da ist Designerpapier und die Filzbögen mit bei. Da bekommst du auch 50% drauf und bezahlst noch 22 Euro. So, dann haben wir hier einmal die Produktreihe für immer am Herzen. Da verlässt uns auch so einiges. Und zwar, die Produktpakete gehen komplett raus. Produktpakete besteht ja immer aus einem Stempel-Set und aus Stanzformen oder Handstanzen. Die gehen raus, aber einzeln bleiben die uns noch erhalten. Also, man kann auch einzeln die Stempel-Sets und einzeln die Stanzformen ergattern. Genau, aber die Pakete jeweils, die gehen raus. Dann haben wir hier einmal das Metallic-Folienpapier. Da bekommst du 20% drauf und bezahlst 9,60 Euro. Dann verlässt uns einmal, wo habe ich sie denn jetzt? Nummer 4. Genau, die Leckereinschachtel. Ich kam nicht drauf. Da bekommst du auch noch 50% und bezahlst 5,50 Euro. Ja, die Schnur, Dekoband. Das Dekoband, wo haben wir denn? Metallic-Geschenkband. Genau, geht raus. Genau wie die Herzen, die gehen auch raus. Auf das besondere Designerpapier bekommst du 50% und bezahlst noch 9 Euro. Und auf das Designerpapier Wareliebe bekommst du auch 50% und bezahlst noch 7 Euro. Genau. Designerpapiere gehen ja sowieso immer raus. Also, wenn die Kataloge enden, sind auch die Designerpapiere dazu weg. Ja, hier sehen wir nochmal, Produktpaket geht raus. So, dann kann ich euch noch einen Tipp geben. Hier haben wir einmal das Produktpaket Forever and Always. Das geht ja so raus. Und du kannst aber das Stempelset noch für 50% günstiger ergattern. Also, du bezahlst hierfür 11 Euro und für die Standsform, da bekommst du auch 50%. Da bezahlst du noch 20 Euro. Und wenn du jetzt hingehst und das einzeln bestellst, also das Stempelset und die Standsform einzeln, bist du günstiger dran, als wenn du das Produktpaket jetzt noch bestellst. Also, das zum Beispiel jeweils einzeln bestellen und dann hast du auch Geld gespart. So, auch das Produktpaket Hurts and Kisses geht raus. Die Handstanze Küsschen, da bekommst du 50% drauf und bezahlst noch 11 Euro. Und auf das Stempelset Hurts and Kisses, da bekommst du 25% und bezahlst 17,25 Euro. So, dann verlassen uns auch die Standsform reihenweise Herzen. Da bekommst du auch 50% drauf und bezahlst 22 Euro. Und auf das Stempelset ganz viel Herz bekommst du auch 50% und bezahlst auch 10,50 Euro. Und das Produktpaket geht eben draus. So, dann verlässt uns der Valentinsschatz. Das ist ein Stempelset, da bekommst du 25% drauf und bezahlst noch 16,50 Euro. So, Karten und mehr Valentinstagsgrüße gehen auch raus. Da bekommst du noch 35% und bezahlst 7,80 Euro. Dann fällt das Produktpaket Kangaroo and Company raus. Da kannst du auch wieder das, also das Stempelset fällt komplett raus, ohne reduziert zu sein. Aber die Standsform, da bekommst du 50% und bezahlst noch 15 Euro. Und bist auch noch günstiger dran, als wenn du das Produktpaket bestellst. So, hier aus der Produktreihe Tensienpark, da bleibt alles so weit, wie es ist. Das bleibt auch als Produktpaket. Das Einzige, was uns verlässt, ist das Designerpapier. Da bekommst du 50% drauf und bezahlst auch 7 Euro. Genau, hier sieht man das noch einmal. So, dann verlässt uns das Produktpaket Blumige Wünsche. Das Stempelset, da bekommst du 25% drauf und bezahlst auch 20,25 Euro. Und auf die Standsform bekommst du 50% und bezahlst 19 Euro. Dann verlässt uns Springtime Joy und auch Geschenk der Hoffnung. Die Stempelsets, die gehen raus, ohne reduziert zu sein. Dann verlässt uns wunderschöne Sachen. Einmal, ja, das Produktpaket fällt raus. Du bekommst noch auf das Stempelset 50% und bezahlst 10,50 Euro. Und auf die Standsformen, da bekommst du auch 50% und bezahlst 17,50 Euro. Das ist ein wunderschönes Set. Man kann damit wunderbare Karten mitbasteln, wie mit allem anderen auch. So, jetzt haben wir hier auch wieder zwei verschiedene Produktpakete. Das erste Produktpaket Wünsche aus dem Garten. Das fällt als Produktpaket raus, aber einzeln ist es noch erhältlich. Und das Produktpaket Lebellengarten bleibt uns so erhalten. Uns verlässt das lasergeschnittene Papier Löwenzahnwiese. Da bekommst du 50% drauf und bezahlst noch 7 Euro. Dann gehen die Karten, Erinnerungen und mehr raus. Da bekommst du auch 50% und bezahlst 6 Euro. Dann haben wir Karten und Umschläge. Da bekommst du auch 50% und bezahlst 6 Euro. Dann gehen die wunderschönen Marienkäfer. Da bekommst du auch 50% und bezahlst auch 4,50 Euro. Dann haben wir hier einmal das geflochtene Leinband in Waldmoos. Da bekommst du auch 50% drauf und bezahlst auch 4,25 Euro. Und das Designerpapier geht. Da bekommst du auch 50% und bezahlst 7 Euro. Genau, hier sieht man das nochmal. Als Produktpaket geht es raus. Aber das Stempelset und auch die Standsform bleiben uns einzeln erhalten. Und hier einmal das komplette Produktpaket. Das bleibt uns auch erhalten. Dann haben wir liebevolle Gedanken. Dieses Stempelset fällt auch komplett raus, ohne reduziert zu sein. Das Produktpaket Perfekte Pinselstriche fällt auch raus. Da bekommst du auf die Standsformen 50% und bezahlst auch 20,50 Euro. Und auf das Stempelset bekommst du auch 50% und bezahlst auch 12,50 Euro. Dann geht Borders to Backgrounds, dieses Stempelset. Und da bezahlst du 9,50 Euro, denn da bekommst du auch 50% drauf. So, dann haben wir hier einmal das Produktpaket Blumen voller Freude. Das geht auch raus. Genau wie das Stempelset Blumen voller Vorfreude. Nein, Blumen voller Freude. So, ich habe schon wieder Vorfreude. Da bekommst du 50% und bezahlst noch 11,00 Euro. Und auf die Standsform bekommst du 50% und bezahlst 19,50 Euro. Dann haben wir hier, jetzt muss ich mal gucken, die Produktreihe Kunstvoll Floral. Da fällt einmal das Produktpaket raus, aber einzeln sind die Produkte noch zu bekommen. Dann bekommst du auf das besonders, was haben wir hier, Designer Acetat Gartengold, Produktpaket, bekommst du 35% und bezahlst 7,15 Euro. Und das Designer Papier geht auch raus. Da bekommst du 50% und bezahlst 7,00 Euro. Da sieht man es nochmal, einzeln bekommst du das noch, aber als Produktpaket wird es nicht geben. Dann haben wir das hier. Das Produktpaket Many Message. Das geht auch als Produktpaket raus, aber einzeln ist es noch zu bekommen. Wie heißt das? Tranquil Swords oder so. Dieses Stempelset fällt auch raus. Ist auch nicht reduziert. Das nächste, das passende Produktpaket dazu, also dieses Stempelset und Stanzform wird es so nicht geben. Aber das Stanzformset ist noch reduziert. Da bekommt ihr dann noch 50% drauf und bezahlt 22,50 Euro. So, das Produktpaket Treasure Medaillon. Das geht auch raus. Also das Stempelset fällt komplett raus. Aber die Stanze, die bleibt uns erhalten. Circle Celebration heißt das so. Celebration, ja. Geht auch komplett raus. Simply Soccolence, dieses Produktpaket geht raus. Aber die Produkte, ja, werden uns einzeln erhalten bleiben. Also die Stanzform und das Stempelset. So, dann kommen wir zu der Produktreihe Sand und Meer. Das Produktpaket bleibt uns erhalten. Es verlässt uns einmal die Deko-Muscheln hier und das Designerpapier. Alles andere bleibt uns erhalten. Da sieht man es nochmal. Einmal das Stempelset und die Stanzform. Nur das Produktpaket geht. Genau, was uns auch verlässt, wo ich richtig traurig bin, aber froh bin, dass ich es habe. Also alle, die Flamingos lieben, ran an die Buletten. Das Produktpaket Friendly Flamingo geht raus. Und ihr bekommt 50% auf das Stanzform-Set. Bezahlt also noch 15 Euro. Und das Stempelset, da bekommt ihr 25% drauf. Und bezahlt noch 15,75 Euro. Unsere Erdbeeren bleiben. Auch als Produktpaket, also dieses Stempelset und diese Handstanze. Das bleibt, wie gesagt, wunderschön. Die Erdbeerzeit steht vor der Tür. Und ja, wenn man sie gerade nicht essen kann, dann kann man wenigstens damit basteln. Genau, das Produktpaket Blumen verziert geht auch raus. Also das ist nicht als Produktpaket zu erwerben danach. Aber das Stempel und Stanzform-Set ja. Dann verlässt uns auch Shark Frenzy. Das Stempelset geht auch raus. Das Produktpaket gibt es auch nicht. Und auf das Stanzform-Set High bekommst du noch 20% und bezahlst 24 Euro. Das Stempelset ist nicht reduziert, aber die Stanzform. Genau. So, dann verlässt uns O-Snap. Da bekommst du auf das Stempelset auch 50% und bezahlst noch 12,50 Euro. Dann ist unsere Eisdealer, so nennt sich die Produktreihe. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, als Produktpaket, also Stempelset und Stanze, wird es uns verlassen. Aber einzeln bleibt uns das erhalten. Gehen wird das Streifenband. Das geht raus. Genauso wie die Deko-Streusel. Da bekommst du noch 40% drauf und bezahlst 4,35 Euro. Ja, und das Designerpapier fällt auch raus. Das geht auch. So, dann geht auch Hey Girlfriend, das Stempelset. Das geht auch raus. Genauso wie das Produktpaket Stilvoller Geburtstag. Das geht auch. Da bekommst du noch auf die Stanzform 50% und bezahlst noch 20 Euro. Und auf das Stempelset bekommst du 50 Euro und bezahlst 14 Euro. Unsere Hühner. Ich bin ja so ein Vogel nah. Flamingos, Hühner, mega, ne? Vögel generell. Und das bleibt uns auch erhalten. Also 100 gute Wünsche. Das bleibt. Was aber gehen wird, ist Woodland Wunder. Auf das Stempelset bekommst du 50% und bezahlst noch 10,50 Euro. So, jetzt schaut hin. Alles geht raus. Unsere Schnecken verlassen uns. Und zwar Schneckenpost. Das Stempelset, das geht raus. Die Stanzformen gehen raus. Das Kordelkombipack geht raus. Das Designerpapier geht raus. Auch die Herzen, die Herzaccessoires, die gehen auch raus. Da bekommst du aber noch 50% drauf und bezahlst 4,25 Euro. Dieses Stempelset handgefertigt bleibt, aber die Kreativklammern, die gehen raus. So, dann haben wir hier das Produktpaket Blütenzart. Geht auch raus. Du bekommst auf das Stanzformset 50% und bezahlst noch 19,50 Euro. Und das Stempelset Blütenzart, da bekommst du auch 50% und bezahlst noch 10,50 Euro. So, das Produktpaket Welcoming Window, also Stempelset und Stanzform, bleibt. Genauso wie das Stempelset ganz im Augenblick. Das bleibt auch. Aber Wonderful As You, das Stempelset, wird uns verlassen. Da bekommst du noch 25% drauf und bezahlst 18,50 Euro. Floating and Fluttering. Dieses Produktpaket verlässt uns auch. Du bekommst auf das Stempelset 50% und bezahlst noch 21,50 Euro. Und auf die Stanzformen, da bekommst du auch 50% und bezahlst ebenfalls 21,50 Euro. Genau. Und auch da kann ich euch empfehlen. Kauft es euch einzeln, ist günstiger als im Paket. So, dann haben wir moderne Ranken. Das Produktpaket verlässt uns auch. Dementsprechend auch das Stempelset und die Stanzformen. Du bekommst auf das Stempelset 25%, bezahlst also noch 21,00 Euro. Und auf die Stanzformen bezahlst du 23,50 Euro, denn da bekommst du auch 50%. Dann haben wir hier Back-to-Back Blooms. Da bekommst du 50% drauf und bezahlst 12,00 Euro, denn das sind wieder die Stempel, die du drehen kannst. Also hier ist ja einmal den Ausfüllstempel und da die Umrandung quasi. So, verlassen wird uns auf Verspieltes zur Geburt. Dieses Stempelset geht auch. Und ja, dieses Produktpaket Ovale Grüße geht auch. Da verlässt uns das Stempelset Ovale Grüße. Das fällt so raus. Aber die Handstanze Ovale Grüße, wartet, diese hier, die bleibt uns erhalten. Dann haben wir hier einmal die Produktreihe, wie maßgeschneidert. Dieses Produktpaket geht raus, aber das Stempelset und die Stanzform sind weiterhin noch einzeln erhältlich. Die Kordeln werden uns verlassen. Da bekommst du noch 50% drauf und bezahlst 4,25 Euro. Genau wie das Designerpapier, das geht auch raus. Da bekommst du 50% und bezahlst noch 7 Euro. Dann verlässt uns das Produktpaket Ride the Range. Das geht raus. Da fällt das Stempelset einfach so raus. Es ist nicht reduziert, aber die Stanzform. Da bekommst du 50% und bezahlst 17,50 Euro. Einfach so raus fällt auch A Cut Above, dieses Stempelset. Das geht auch ohne Reduzierung einfach raus. So, dann haben wir hier Saw Confidently, dieses mit den Flugzeugen und Ballons. Da bekommst du noch 20% drauf und bezahlst 18,40 Euro. Genau wie Trezors of Life. Trezors. Ihr merkt, ich habe sowieso schon Knoten in der Zunge. Ihr seht das ja, das wunderschöne Stempelset mit der schönen Kinderhand. Und da bekommst du noch 20% drauf und bezahlst 22,40 Euro. Dann verlassen uns die Hunde, also hier die Dackel, Hotdog genannt. Da bekommst du 50% und bezahlst noch 10,50 Euro. Die Stanzformen beschwingt, bestickt, die bleiben. Und weiter geht's. Ich glaube ganz hinten noch. Das war das letzte dann. So, das Gastgeberenset. Genau, Side Sampler. Das fällt auch aus. Genau, das waren jetzt die Produkte, die rausfallen. Falls du noch Fragen hast, die irgendwas noch unklar ist oder so, melde dich sehr gerne bei mir. Ich helfe dir dann natürlich weiter. Und ihr habt ja gesehen, jetzt sind so einige Produkte, die uns jetzt verlassen werden. Und wie gesagt, ab dem 01.06. kannst du die Produkte bestellen. Ich würde mich freuen, wenn du das über mich machst. Und jetzt wünsche ich dir noch eine kreative Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.